Zähl dir mal ein paar Schuhe an, du holst dir die Blasenwünsche und ich sag's dir. Also hier ist nichts. Tut mir leid, ich glaube ich muss durch dich durch. Ne. Geht Fenster auf? Auch nicht. Das vielleicht? Ne. Wie kriegen wir die nächste Tür auf? Gibt's ja nicht. Geht das Fenster auf? Ne, auch nicht. Was ist hier? Ich seh hier aber nichts. Ei. Und? Was klau bei dir? Das ist doch eine Herzform, oder? Sag mal. Da haben sie doch das Herz geklaut. Alles klar. Das möchtest du wieder haben, ne? Und deswegen bist du uns auf den Fersen. Geh ich mal davon aus oder so. Was ist denn das hier? Ah. Ah, ah, ah. Mutti, ich hab die Rohrzange. Mutti, Mutti, ich hab die Zange. Ich hab die Zange. So, jetzt komm mit, komm. Jetzt spüren wir Klempner. Jetzt komm mit. Jetzt, jetzt geht's ab. Hm. Jetzt kommst du ja, ne? Alles klar. So, pass auf. Jetzt holen wir uns den Schlüssel. Ähm. Moment. Okay. Mutti ist nicht da. Äh. Okay, ich hab den Schlüssel. Ich hab den Schlüssel. Willst du mit? Wo ist der Schlüssel? Hier? Nein. Naja. Oh Mann. Ja, es zieht nicht mehr. Es zieht nicht mehr. Ich hab dich durchschauen. Ich hab dich durchschauen. Ich hab dich durchschauen. Was ist das? Ich hab dich. So, komm mit. Wir gehen hoch. Wir gehen hoch. Und dann. Ah. Ah. Okay, die gehen jetzt nicht auf, weil... Du... Vielleicht geht sie doch auf, weil weiß ist auch schon sicher. Ja. Du willst mit, na? Ja. 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 Alles klar. Ja, drängel nicht so, Mann. Womit ein. Kredits? So, alles klar. Schlüssel Okay Okay, so jetzt pass auf Ah, das oder das Für was entscheiden wir uns? Gehen wir da rein, oder? Na klar Ich muss da rein Gute Frau Hört ihr das? Ey, das ist dein Kopf. Brauchst du den noch? Kann ich den nehmen? Alles klar. Ich hab deinen Kopf. Also, wenn du noch da wärst. Also, falls du den irgendwann noch... Nicht? Naja, komm. Ging ja so auch, oder? Ja. Okay, jetzt runter und dann raus, oder? Geht die jetzt auf? Ah! Ha! What the fuck? Pisse. Warum nicht? Ach, hab ich mich nicht genug umgesehen, oder was? Was? Okay, was? Boah! Wer macht da so einen Krach? Ah, hast deinen Kopf wieder gefunden, ja? Schön, schön. Ich hab's dir gedacht. Hier ist er. Und, was ist los? Geh nicht auf? Hä? Was ist los? Ja, verstehst du's? Ich versteh's nicht. Und? Au! Hast ein Messer, ja? Schön. Super, super, super. Ah, 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 ah. Fuck, 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 fuck. Fuck, nein, 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 nein. Doch, ich kill dich ja sowas von. Ja, schön, danke. Gut, dass ich dir dein Kopf besorgt hab. Ach, du bist so nett. Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Tschüss, mach's gut. Ah, äh, nett mit dir. Äh, 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 äh. pitched, Untertitelung des ZDF, 2020